Das ist unser Goblin, der da gerade vermöbelt wird. Das ist nicht gut. So, unsere Bogenschützin. Die hat ein wenig Höhe, also sollte sie theoretisch gesehen... Okay, reicht trotzdem, um den Magierpilz auszunocken. Wie weit kommst du? Kannst du Ruckel heilen, Mädel? Kommst du so weit? An Ruckel kommt sie nicht ran, oder? Ne. Holy braucht es nicht. Candy könnte das... Candy könnte Heilung gebrauchen. Oh, jetzt hat sie Holy geheilt. Scheiße. Nein. Das lasse ich mir nicht gefallen. Westwind laden, Autosave. Hier sind wir in den Wäldern von Westwind. Moment. Ähm. Das da. Gut. Dann neuer Versuch. Ähm. Holy Avatar. Ähm. Dann können wir uns ja versuchen, den Pilz da nochmal zu holen. Mal wiederbeleben ist teuer. Bleiben wir erstmal nach Möglichkeit etwas hier weiter draußen. So. Huckel. Die ist auch mal noch da. Kurze Reichweite. Drake hält ein bisschen was aus. Und so. Die neue, die bleibt hier und bleibt da stehen. Das ist. Hm. Okay. Das sieht schon mal gut aus. Das ist weniger gut. Das wird unser Bogenschützin vermöbelt. Hm. Komm ich beide nicht ran, oder? Ne. Dann muss ich Drake mal um den Pilz kümmern. So. Unser Holy Avatar kümmert sich mal um den Goblin da oben. Ne. Den da. Holy. Holy nein. Holy nein. Ach. Egal. Der Magier darf auch gerne das Zeitliche segnen. Ähm. Das ist knapp. Ich hoffe mal die. Du bist unsere Heilin. Das ist sehr schön. Kannst du mal die da heilen? Danke. Sehr gut. Candy ist wieder voll. Und dann muss ich unbedingt aus der Schussbahn. Wenn ihr versteht. Keine Reichweite. Mandy hat mehr Reichweite als Candy. Kann das sein? Ach. Okay. Bringt nix. Gut. Mandy hat auch einen besseren Bogen mittlerweile. Okay. So. Okay. Der geht auf. Holy los. Ja. Ach. Da oben sind wir zwei Magier. Das ist unschön. Hm. Das ist. Wie weit komme ich denn hier runter mit Drake? Komme ich da an irgendeinem Gegner noch ran? Nee. Dann lasst uns erstmal versuchen. So ein bisschen Unterstützung für Holy zu holen. Den Rücken stärken. Der hat. Der ist V4, Eddie. Und der ist V1. Der ist betrunken. Der ist Level 5. Der ist Level 5. Ich glaube der Besoffene ist jetzt nicht ganz so schlimm. Dann. Ja. Da ist er schlimmer. Seine halbgöttliche Wenigkeit kümmert sich mal um die beiden Kollegen hier. Gut. So viel Heilung brauchst du nicht. Dann gehst du bitte mal ins Gebüsch und steckst dich. Komm. Gut. Hoffen wir mal, dass das klappt. Sehr gut. Google hat seinen Level ab. Das läuft doch ein bisschen besser als beim letzten Mal. Aua. Ne. Penner auch noch. Ne. Großartig. Ist das noch ein Pilz irgendwo? Aha. Der Besoffene greift an. Das ist noch eine Marke. Die kümmern sich aber um sich gegenseitig. Okay. Dann ist das halt so gut. Dann geht halt mal noch ein Goblin drauf oder ein Pilz. Kriege ich dich weg? Ne. Uli macht mal den Tod. Level 6. Großartig. Das läuft. Du kannst mal Zeug einsammeln gehen, Mädel. Jetzt ist die große Preisfrage. Ah, das könnte helfen. Ich würde sagen, den da. Man weiß nie. So, wie sieht's aus? Ist da noch mehr Platz für dich auf den Karren? Ähm, naja. Wenn die andere runter geht. Oder auch nicht. Dann hoffe ich mal, dass Google jetzt... Dem da. Ach, der steht in einem Busch. Deswegen. Die halten trotzdem ganz schön was aus, ne? Ganz schöne Massen hier. Nicht so schön. Boah. So, dann holen wir mal die Truhe hier öffnen. Mannertrank. Wie weit kommst du denn wieder runter, Kollege? Nicht so weit, ne? Schade. Wie könnte Heilung vertragen, aber ich glaube, da kommt sie nicht ran, ne? Da kommt sie selber... Ja, ich habe mal so liebliches Löffel ab jetzt. Das wäre schlecht. Steck die mal in den Busch. Da hätte sie mehr Deckung. Huff, so. Dann holen wir den mal los. Muss man was trinken? Kann ich rein? Und mal husten. Wunderbar. Die scharfe Harfe ist mein. Jetzt bin ich erstmal zufrieden. So. Muss mir immer nochmal eine Nähe. Jetzt kann ich meine lächerliche, gebrauchte Harfe wegwerfen. So eine scharfe Harfe gibt es nicht beim Hintern zu kaufen. Aha. Die scharfe Harfe erhöht meine Geschicklichkeit. Mit ihr kann ich besser treffen und vielleicht auf den ein oder anderen kritischen Treffer landen. Das klingt gut. Gut. Dann schauen wir gleich mal im Inventar und legen sie euch an. Jetzt können wir uns ja um andere Dinge kümmern. Ja. Zum Beispiel mein Wohlfühl-Schaumbad. Ja. Später. Später. So. Also Inventar. Was ich sagen wollte. Ich habe mir immer noch keine Quicktaste für Pause zugelegt. Für Stummschalten. Muss ich mal machen. Achso. Sie ist nicht dran. Deswegen geht das nicht. Aber ich kann ja mal zwischenspeichern. Den da. Aber Rugel macht gleich einen Abflug, wenn das so weiter geht. Warte mal. Six Heiltrank. Fünf plus... Oh Mann. Oh Mann. Hier oben komme ich nicht an den Pilz ran. Warum? Weil ich kein Fernkämpfer bin oder was? Sehr schön. So eine halbgöttliche Wenigkeit, die selts sich auch wieder zur Party. Oh Mann. Heilung für... Eigentlich für sich selber. Das geht nicht. Na, Rugel halt. Ach, ich hätte mal die Hafer ausrüsten können. Nein, ich dussel. Bam. So. Mannertrank. Und... Was hast du noch? Heiltrank. Sehr gut. Oh Mann. Bam. wer fehlt dann noch gegner technisch nach da oben war's das? jo, fürs erste speichern gut, freies erkunden, das ist schon mal von vorteilen ich geh mal ein paar meter zurück, weil hier war noch geld, soweit ich mich erinnere ich bin jetzt nicht geld geändert oder so, aber was wir haben, das haben wir hier lag doch irgendwo zeug rum genau einen goldbeutel erhalten achso, hier ist schluss, schade da guck ich mich mal so grob um, hier oben ist was? hier ist ein dungeon, ohne diese truhe, aber lass uns mal die truhe holen neuer fein, was? nach da unten ich möchte da noch an die truhe ran ne, natürlich nicht was ist das? kann man das auch sammeln? nö, oder? kann man nicht schade oh, da ist noch ne truhe jetzt kann ich eher mal die scharfe harfe in die hand drücken beschickt bis 2, gesundheit bis 5, 1 bis 3 schaden ja, 0 bis 2, ok ja, definitiv besser was ist das für ein zeugs? knappes großer kleidchen naja, oh, 400 gold sehr gut, ähm, stopp da drüben sind auch choco chicks du machst das, du wartest du wartest, dann warten wir mal auf den magier, dass er hochkommt kaputt sehr schön ähnt ihr noch irgendwas rum, was auf die mütze möchte? ne, das ist ein unwegsames gelände hier der regen, ne? dann gucken wir mal hier ist eine schicke Truhe ist das da oben? nix dann will ich mir erstmal die zwei Truhen knallen da haben wir was? einen Pilzhut einen Mannertrank einen Pilzhut mhm das ist Schmuck Gesundheit plus 3, Magie plus 1 was habe ich jetzt? ok, Gesundheit plus 2 und Angriff, ne? Angriff, ne? dann behalten wir das das gibt Gesundheit und das gibt Magie das kann unsere Elfe, hätte ich fast gesagt unsere, äh unsere Fee gebrauchen ne, quatsch, unser Engel so rum weil kann sie mehr zaubern und gibt nicht einen Löffel ab ähm auf zur Truhe ein Dolch okay stimmt für Ruckel, oder? ähm bestimmt zu zu viele Party-Mitglieder, ne? äh Angriff plus 1 1 bis 3 Schaden Brieföffner 0 bis 2 ok, ja er kämpft mit dem Brieföffner großartig ach, sie hat kein Mana mehr schade kaputt so, dann kann ich warum gar kein das wie ein Buhen Fraß so, dann aber so, dann eben das ist nicht